So, den haben wir. Zack, den haben wir jetzt auch. Boom, 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 boom. Green beißen. Boom, boom. Double kill. Oh, Trump did too much damage. Beiß doch mal, beiß doch mal, baby. One triple kill. Yeah, buddy. Woohoo. Ha, ha, ha. Yeah, buddy. Was geht ab, ihr Lieben? Seid ganz herzlich willkommen hier bei PovrodTV zu einem Ranked Game. Und zwar spiele ich Trundle in der Toplane. Trundle ist ein super, super starker Toplaner zur Zeit. Super stark ab Level 6. Also ich finde, vor Level 6 muss man noch ein bisschen vorsichtig sein. Aber ich spiele gegen Nasus und auch der muss vor Level 6 vorsichtig sein. Also ist das recht ausgeglichen. Und zwischen Level 6 und bevor Nasus viele Stacks hat, glaube ich, dass ich ihn kriegen kann. Also gerade da, wenn Nasus seine Tankiness verliert, weil Trundle mit der Ulti ihn aussaugt, weil ich ihn versuchen werde auszusaugen mit dieser fantastischen... Also ich glaube, die Ulti von Trundle ist die stärkste 1v1-Ulti, die es zur Zeit gibt. Dass der Gegner weniger Tankiness kriegt, abhängig von dem maximalen Leben, also gerade in dieser Tankmeter, weil er ja auch Tanks eben abhängig von dem maximalen Leben eben Schaden zufügt, das ist schon wahnsinnig. Wir haben ein richtig tolles Team. Pantheon im Jungle, eine Morgana, die behauptet ein bisschen zu Smurfen und eigentlich Platines, okay. Wir haben ein Kasadin und wenn Kasadin hier das Early gegen Yasuo übersteht, dann beginnt das Kassa-Snowballing à la OP-Champion. Aber auch die Gegner. Auch die Gegner haben ein richtig tolles Team. Also so wie man es im Ranked erwartet, zwei wirklich tolle, ausgeglichene Teams treffen aufeinander und es zählt die Leistung jedes einzelnen. Trundle Top mit Flash, mit Ignite, also ein bisschen duelllastiger ausgelegt als bei Nasus. Und das kann mir auch helfen. Nasus hat kein Ignite, er hat dafür Teleport, will also wieder schnell in der Lane sein. Also eigentlich ist das hier der Nasus-Bild. Also ganz normal, wie man ihn baut. Beziehungsweise welche Summoner-Spells man nimmt. Man nimmt Teleport, man nimmt Ghost, man ist später dann schnell im gegnerischen Teamfight. Einmal durch den Ghost rauscht man schnell durch alle Gegner durch und Teleport, man ist halt schnell im Teamfight, wenn man auf der Lane bleibt und dann eigentlich sich nur ja AFK hochfarmt und dann durch Teleport wieder in den Teamfight rein. Und von daher ist Nasus natürlich super und ich finde Nasus ist auch ein richtig schlimmer Gegner und generell haben die auch ein tolles, tolles Team hier mit Jinx und Wukong. Zwei schöne AOE-Ultis. Aber Morgana, Pantheon, Kasadin. Also insgesamt haben wir ein tolles Team auch, ja. Und ich werde dann wahrscheinlich Wukong, ich werde dann wahrscheinlich Wukong-Ultin, weil der wird ja in uns alle reingehen. Ich werde versuchen, ihn sogar mit meinem Pillar, mit meinem stehenden Pillar abzuhalten. Und jetzt so, komm Leute, Povera hat genug gequatscht. Yasuo, mach mal dein Holzpitzig. Oh, zwei Prozent, das zieht sich ja mein lieber Scholli. Hoffentlich hat er dann auch Lachs, dafür, dass er uns so lange warten lässt. Sivir, zur Zeit super gerne gespielt von den Koreanern, aber andererseits Jinx. Also, ich habe an beiden Teams nichts auszusetzen. Kasadin im Late Game hyper stark, aber auch Nasus. Oh, Yasuo. Also Late Game ist eigentlich bei beiden Teams irgendwie stark. So, endlich. Hundert Prozent. Jetzt kann es losgehen und ich starte einfach mal mit Dorans Blade, oder? Mit Dorans Ring. Wird der Nasus mich fighten? Ich habe ja sehr viel Sustain. Dorans Blade? Dorans Ring gibt mir, äh, nicht Dorans Ring. Dorans Shield gibt mir genauso viel Leben wie Dorans. Weil diese Dorans Items bringen. Ich glaube, ich starte mit Dorans Blade. So, ich glaube, jetzt habe ich es. Also mit Dorans Blade. Ja. Na komm, ey, alle sind hundert Prozent. Das muss losgehen. Go, 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 go. Blah, 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 blah. Go, go, sonst drehe ich hier durch. Leute, die offenen, also, ich hoffe für euch, dass ihr schon vorgespult habt, mein ganzes Gerede. Ich habe nämlich schon das ganze Team erklärt. Hä, und alle hundert Prozent? Das muss doch jetzt losgehen. Ich wette, das liegt weiterhin an diesem Yasuo. Canna to her. Na komm. Riot, please. Please, Leute, spült auf jeden Fall jetzt schon mal nach vorne. Ich weiß gar nicht, wie lange soll das noch dauern? Wie lange soll das noch dauern? Leute, please, go, come on. Oh, los geht's. Endlich geht das Ganze hier los. Und... Äh... Was? Wie viele Jungle-Item empfohlen? War nicht schlecht. Doran's Blade, zack, ist meins. Dadurch, dass ich mir Doran's Blade kaufe, habe ich nur einen Pot. Also, das macht's mir ein bisschen schwieriger. Also, sie schreibt auch schon, das Low-Town-Yazuo, please. So. Okay, das ist gut. Also, mein Chomp macht hier richtig schön viel Schaden. Entzieht dem Gegner natürlich schön AD. Und insgesamt werde ich jetzt... Also, ich muss natürlich... Ihr kennt ja meine Game-Pace inzwischen. Ich gucke immer ein bisschen, wie... Wie spielt der Gegner? Wenn ich jetzt... Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie gut klarkomme, wenn ich jetzt sehr aggressiv gegen ihn sein kann, ohne dass Druck gegenkommt, dann werde ich auf jeden Fall Blade of the Ruined King rushen. Ansonsten eventuell ein bisschen... Ansonsten ein bisschen tankier. Also, dann... Dann sowas wie Sunfire. Also, den Sonnenfeuer-Umhang. Und, ja, leider wird jetzt hier auch nicht gecovert, weil der Kasadin... Okay, Crystal Flask. Also, der macht das eigentlich sehr gut. Der will jetzt erstmal sustain. Der will jetzt erstmal die Early-Phase überleben und ab Level 6. Diese Ultra-Mobilität der Silence, der ja auch mega stark ist gegen Yasuo. Fetter Troll mit Keule unterwegs. So, nice Hilfe hast du bekommen, mein Junge. Und Nasus A mit Schild. Einfach nur mit... Äh, nicht mit Schildchen, mit... Einfach nur mit dieser Armor-Cloak. Okay. Boah. Meine Auto-Attacks brennen, würde ich mal sagen. Boah. 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 Da kommt ja richtig Damage. Boah. Das war close. Jetzt ist er Level 2. Okay, wahrscheinlich... ...hat er dann seinen Wither genommen. Den hab ich! Den hab ich! First Blood! Wuhu! Geilo! Was, so ein Wukong ist in der Mitte? Wahrscheinlich, weil Yasuo wirklich fehlt! Oh, das wär doch geil, oh! Oh yeah. Oh yeah. Trundelissimo. Und ihr seht jetzt das, was ich meinte. Ich kann richtig Aggro gegen diesen Champion gehen. Gegen Nasus. Der hat mir einfach nix entgegenzusetzen. Also, definitiv Schuhe und definitiv Blade of the Ruined King. Möglichst viel AD heißt es jetzt für den gigantischen Troll aus Freljord. Ah, okay. Und Wukong? Ja, und Wukong kann ich mir vorstellen. Ist gar nicht so übel im Early gegen Kasali. Oh, sie wird 20 fahren. Ja, Suo ist weg. Der ist jetzt echt weg. Oh mein Gott, das ist herrlich. Leute, normalerweise sag ich so, ja, Ranks oder normale Games sollen auf jeden Fall spannend bleiben und es soll Spaß machen, aber das ist hier Ranked. Und im Ranked darf es durchaus mal, darf es durchaus mal so sein. Na komm! Lol. Dieses zu lange Wither einfach. Ist ja nicht normal, ey. Und das Geile ist... Das Geile ist... Ich halte so schnell mich jetzt einmal natürlich hoch. Ist die Wukong jetzt weg, oder was? Oh, schön! 2 zu 0. So kann ein Ranked Game starten, Baby. Okay. Boah, wie der Push hat. Push hat ja wie verrückt, dieser Junge. 18... Er hat 21 Farmen. Das heißt, er hat sogar mehr Farmen als ich. Aber das wird sich gleich relativieren. Dann das... Das wird sich sowas von relativieren, ja? Ah! So, jetzt habe ich schon mehr Farmen als er. Und ich bin auch vor ihm Level 6. Und dann werde ich ihn auch sofort fighten. Das dauert sogar nicht mehr lange bis zu meinem Level 6. Okay, er ist jetzt Level 5. Alter! Dieser Troll! Oh, wow! So, und jetzt wird er sterben. Pass auf. Nein! Meine Ulti! Meine Ulti! Ich kann sie nicht einsetzen! Mir fehlen die entscheidenden Mana. Wie viel? 75 Mana. Mit die Gnite, das könnte reichen, oder? Das reicht! Boom! Oh yeah! An executing troll! Now you are in my kingdom, baby! Wuhu! Also, es läuft! Und jetzt wird es noch besser, weil ich den CC habe durch Bilgewater Catalyst. Und ich hole mir jetzt einfach mal zwei Mana-Tränke, damit ich das Ganze hier mit den Mana und mit dem Gespamme meines Q richtig schön aufrechterhalten kann. Und es war jetzt definitiv die richtige Entscheidung, Ignite zu nehmen. Also gegen diesen Nasus, weil man muss einfach den Gegner auch ein bisschen einschätzen können. Und deshalb empfehle ich euch selber, die Champions zu spielen. Aber auch gegen sie, also oft andere Champions zu spielen und mal zu gucken oder das einschätzen zu lernen, wie man gegen bestimmte Champions spielt. Und Nasus ist erst richtig, richtig stark, wenn der seine Stacks voll hat. Problem ist jetzt natürlich, der wird trotzdem seine Stacks voll kriegen. Okay, aber ich kann ihn hier richtig geil zonen. Oh! Ne! Prats, der Tower! Wow! Das kann wirklich sein, dass die hier abartig smurfed. Nasus schreibt schon, er hat Probis. Der hat jetzt schon zehn weniger Farms. Hallo. Hallo Nasus. Can you be fair? Natürlich nicht. Das ist ein Ranked, Baby. Are you kidding? Ha ha ha! Ey, Leute, jetzt ganz so was. Wenn man Normal spielt und so, aber hier gibt es jetzt nichts Fähres. Komm, Slowball ihn weg! Schön, mach ich ja auch. Smashing! Alter, der kassiert ja wie gekloppt hier. cùng gatherer hihihi gibt's nicht so backporten baby zack und sie raus was so habe ich ihn jetzt hier gezwungen da zu bleiben stirbt er hat noch seine ulti richtig das macht es für mich jetzt gefährlich zu diven ich werde es jetzt aber mal trotzdem tun oh nein und wie erwartet überschätzt wie erwartet überschätzt okay leute bitte schreibt hier nichts in die kommentare an dieser stelle also das hätte ich lassen können ja und sowas passiert einfach wenn man ein bisschen weiter vorne ist ihr kennt das ja schon von ihr kennt sagt jetzt nicht ich hatte auch noch sagt jetzt nicht ich hatte auch noch die gneite ab naja gleich werde ich ihn haben 446 1 2 ich werde ihn auf jeden fall noch haben ihr seht schon wie dominant eigentlich schon ist gegen im nasus jetzt eigentlich alles raus jetzt hat er aus jetzt hat er und er hat sie aber wieder hoch gehalten ist das frech ich weiß jetzt gar nicht kann ich komm schon und auto attack setzen auto attack das gibt's doch nicht das gibt's doch nicht aber insgesamt ihr seht ja wie dominant das ganze hier trotzdem ist wahrscheinlich hat der tp die minions hier 61 51 also ich gewinne hier definitiv noch delay ob so das was ist los wir haben drake wir haben da den tower stehen richtig gut und sobald ich nasus gleich in der bot sehe ich muss hier sowas von durch oh oh alter 6 zu 5 Jetzt kommt aber die Morgana Jetzt kommt unsere Super Morgana Die Super Morgana Nein Wukong Wukong Oh nein Da hat mich Nasus lange genug In diesen Fight gebytet Und Jetzt Eigentlich hab ich doch als Blade of the Ruined King Oh ich hab's Nice weil wir einen Tower gekriegt haben Oh 6 zu 6 Ich hab immer noch einen Ticken mehr Farm Die Morgana hat gerade den Kill bekommen Da kommt schon Leute Pantheon kommt da rein Und genau richtig Boom Nice Good Job Und dafür ist Pantheon gut Und gemeinsam mit der Mobilität Und dem Silence von Kasari Und dem Slow sogar noch Puh brutal Alles klar 2-2 Troll Gerade der Fight war spannend Jetzt mit Blade of the Ruined King Nochmal definitiv Ein kleiner Damage Vorteil für mich So lange bis Nasus hier sein Sein Iceborne Gauntlet fertig hat Komm Kassa Ran an den Specht Meine Ulti Ne Schon wieder Schon wieder So wat So wenigstens den Tower mitgenommen Und jetzt heißt es Kasadin Outplay Ich springe einfach weg Genau so Genau so Oh und da ist Nasus Der ist wieder zurückgekommen Okay So wir haben den Tower Insgesamt ist es trotzdem Auf jeden Fall noch ein spannendes Spiel Zwei Dreierstats Zwei Nasus Und die Boardlane Die Boardlane Die Boardlane rules Ziemlich ziemlich nice Und ihr seht hier Wie geil eigentlich Trundle direkt Im direkten 1v1 ist Eine richtige Bestie Blade of the Ruined King Gleich wieder ab Ich bin so langsam Auf dem Weg Ich bin so langsam da Ich bin so langsam da Ich bin so langsam da Das ist einfach so wie Attack Speed Und Trundle skaliert dadurch Sehr sehr gut In Slate Game Wenn ich jetzt noch Trinity Force auf ihn bauen würde Das wäre richtig übertrieben Zack 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 Hop Bam Boom Zwischendurch immer mal ein Biss Zack 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 So Hier kommt jetzt ein Ward rein So Den haben wir Zack Den haben wir jetzt auch Boom 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 Green beißen Boom Boom Double Kill Oh Trimmed too much damage Beiß nochmal Beiß nochmal Baby Bam Triple Kill Yeah buddy Woohoo Hahaha Triple Kill im Rank Das ist doch immer Doppel und Dreifach Was besonderes Bam 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 Beiß nicht durch Baby Alter Belly Der ist fett Und ich brauche gar nicht back Und ich habe jetzt Red Buff Alter Triple Kill One Kill Please Hihihi Das gibt erst mal Ah Oh Geil Ey Ich kann mich jetzt hier schön hochheilen Hop 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 Guckt euch das an Wie schnell sich Trun light Und auf diesem Boden Ist glaube ich Healing nochmal 14% Increased Alter 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 Nein Oh das hat er schön gemacht Und er echt schön ruhig geht Und weg Boom Woohoo Trundle is too fat baby Oh yeah Der King Der wahre König von Freljord Ist dieser fette Troll Mit der Keule Baboom Also und jetzt komme ich einfach noch tankier zurück Report Yasuo vor AFK Hihihi Das Gegnerische Team ist schlecht drauf Oh Randuins Direkt Randuins Das ist fett Das ist aber richtig fett Boah Randuins Boah das heißt Ich hab da diesen CC Um den Gegner zu slowen Ey Wukong Wukong ist echt ein toller Champion Wukong ist vor allen Dingen Ein richtig toller Jungler Und man merkt Wenn man diese Champions spielt Die man bei den Pros sieht Also jetzt bei der LCS Oder jetzt in der IEM Die ja übrigens Wer hat die gewonnen? Hier die Die Koreaner wieder Also wenn man das sieht Was die für Champions spielen Und die dann selber spielt Dann merkt man Wieso diese Champions gespielt werden Weil die einfach Wirklich Ein bisschen Mehr Schaden machen Oder wie auch immer Auf jeden Fall Irgendwie sind die einfach Ein Ticke stärker Alter verdammte Axt Das ist fett Das ist fett Und jetzt hab ich noch mehr Attack Speed 80% Attack Speed Auf dem Boden Du dir niemals Einen Trundle Auf diesem Boden Alter BOOM WUHU Ey das ist nie nochmal Und jetzt guckt euch das an Tic Tic Oh nein Hihihi Gesoned Zerzoned Oh nein Und ich verstehe Wieso Cassadin Das hier noch versuchen will BAMS Wow Wow Da hat Cassadin natürlich Schön KS't Ah Das ist der Drama Da kann ich dir nicht helfen Mein Junge Das krasse ist Das meine Ulti Einfach schon wieder Und BOOM Acht Drei Trundelissimo Oh mein Gott Das ist so crazy Alter Und Chivala ist meine Königin in der Top Lane Aber wenn einer der König ist Dann ist das Trundle Ah schade Was Der ist sogar noch da hinten drin Hat er ihn Ich glaube schon oder Ich versuche mal hier rauszukommen Zack Und Den könnte ich jetzt nicht fighten Den könnte ich jetzt nicht fighten Aber ich glaube er geht auch zu seinem Red Und jetzt Ich hole mir einfach aus Jux Jetzt die Dreierschuhe Weil wir so unglaublich weit vorne sind Und dass die Gegner hier noch nicht surrendern Und ich baue jetzt auch einfach Trinity Force Oder ne ich baue Wisst ihr was ich baue Oh yeah Habe ich auch gesehen In der IEM Also tatsächlich auch von den Profis gespielt Mal die Hydra zu bauen Boah dann habe ich drei Items Die ich aktivieren muss Das ist schwer für Papa Komm schon Komm schon Ach 3 What the heck Oh Und die siehe jetzt 217 Farm Das geht ja auch übelst geil ab Und wir haben zwei Inips schon Oh mein Gott Ich habe ja bisher noch gar nichts gesehen Von diesem Game Der muss Oh Kassadin ist schon wieder drin Hol ihn dir einfach Löwe Hol ihn dir I'm gonna knock Bam 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 Ah Troll Chief Troll King King Loll Sie versuchen mich alle zu jagen Und ich habe sogar das Spellsheet drauf Und jetzt werde ich Tankier Oh mein Gott Packt euch diesen Yasuo Diesen Frechdachs Bam Wuhu Yeah Buddy Was Es geht noch weiter Oh Morgana What the heck Wie herrlich Und das nützt alles nichts Wir haben diese ganze Geschichte Jetzt hier schon gewonnen Oh mein Gott Nach 24 Minuten Genial Aber mit einer richtig tollen Performance In der Botlane Und ja Auch ich habe richtig klar gewonnen Hier Nachdem ich irgendwie Diesen Triple Kill bekommen habe Dann war es auf jeden Fall vorbei Für Nasus Und ja Eins bei riskanten Aktionen Habe ich versucht Aber lernt einfach draus Und ich werde natürlich auch draus lernen Und so können wir gemeinsam lernen Und gemeinsam besser werden Das war ein Rank Ein geiles Rank Schnell gewonnen Ich bin euer Poverot GG Bis zum nächsten Mal Leute